So, im Studio hier ist der Heinrich. Hallo Heinrich. Hallo Mike. Du hast jetzt hier gerade gesungen. Kannst du uns schon was verraten, was du gesungen hast? Ja, es handelt um Urlaub. Ah, und irgendwo ein bestimmtes Urlaub, in den Bergen? Alles ist dabei. Die Berge sind dabei, das Strand, das Meer, die Sonne, alles ist dabei. Und, war es schwierig? Es hat geklappt, ja. Ich fände es auch sehr toll, das Lied und schön lustig und, ja. Und wann kommt das raus? Das soll zum Opening jetzt rauskommen auf Mallorca. Ja, dann bin ich mal gespannt. Tschüss. Tschüss.